Oh, das ging aber schnell. Das war jetzt so schnell. Wir haben alle einen Druck, ey. Ja. Alle einen Druck? Ja. Ja, ich habe wieder Kuchen mit Sahne dabei. Aber du gibst nie was ab von deinem Kuchen, ey. Schämen musst du dich. Ich will alleine dick werden. Nee, so geht das nicht. Nur zu zweit geht das. Ja, alleine ist so. Okay, dann gebe ich dir auch ein Stück ab. Ja, schon besser. Ja, ich bin ja auch ganz tierlieb und so. Ha, tierlieb, was soll das denn mit heißen, hä? Was willst du mir damit sagen, Fräulein? Ich habe dich doch lieb. Merk ich. Du bist doch meine kleine Hexe. Nein, du bist hier die Hexe. Wir haben gesehen, wie du gelacht hast. Du bist hier die Hexe. Nee. Du bist, du hast dieses. Hab ich gar nicht. Ja, siehst du, siehst du, da war es nochmal. Ha, 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 ha. Nein. Du bist auch nicht gerade viel besser. Ich bin immer lieb. Wenn du das sagst. Ja. So, und damit hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier zurück bei Dead by Daylight. Mit dabei ist natürlich da die wunderbare Yuko. Ja, hallo. Und die Hexe ist auch mit dabei. Du meinst wohl zwei Hexen, ne? Genau, zwei Hexen sind mit dabei. Oh, ich bin hier mit, mit, äh, wer ist denn das hier? Ach, wie heißt der auch hier mit jemandem? Oh Gott, wir sind im Busch. Ah, nee, wir nicht. Wir machen das lieber offen so, ne? Ach so, ja gut, okay. Ja, ist klar. Ja, kann ich verstehen. Oh, Scheiße, der Killer will mit. Der will schon mehr, ja, was bist du denn? Oh, den hab ich ja noch nie gesehen. Wie, den hast du noch nie gesehen? Oha. Nee, den Killer. Oha. Den hab ich noch nie gesehen. Okay, wo kommst du hin? Was war das vor? Ich komm an einen Karten. Hahaha. Hahaha. Wurde aufgehangen. Okay. So, seid ihr alle weit weg. Aber eine ist hier in der Nähe von mir. Okay. Aber die macht den Jen, glaube ich, erst. Ja. Wer ist es denn? Wer ist es denn? Wer ist es denn? Keine Ahnung, so ein Typ mit so einer weißen Maske und der hat so eine Collegejacke an und weiße Haare. Äh, äh, äh. Weißt du, Haare? Ähm. Ja. Ähm. Ach, sag mal schnell. Wie heißt der denn jetzt? Wer weiß, als sehe ich, wie der heißt. Kann sich auch als, also es ist ein Mann und ein Weib. Kann beides sein. Oh, du bist kalt. Ja. Weißt du, der Name liegt mir auf der Zunge, will grad nicht rauskommen. Nee, ich weiß nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Mann. Ich will die ganze Zeit The Spirit sagen, aber ist es ja nicht. Schäm dich, Pinky. Ah, ich komm. Ich, nee. Wenn du den gleich siehst, dann kommst du, glaub ich. Ja, dann weiß ich, dann weiß ich das. Mit Sicherheit. Die Legion. Mensch, jetzt hab ich's. Legion auch genannt. Ja. So. Wo ist sie denn, die? Weiß ich nicht, wo die ist. Gibt's den überhaupt noch hier? Oder können wir die Jens jetzt einfach fertig machen, durchhauen? Keine Ahnung. Ah, ich hab einen Schrei gehört. Ich auch, aber es liegt niemand. Nee. Das ist ja komisch. Jetzt liegt niemand. Ah, der ist schon wieder hinter mir her. Was will der denn von dir? Hast du irgendwie die Kekse in deiner Hose oder so? Ja. Na ja, dann ist klar. Okay, ganz viel. Äh, Joko, da muss ich jetzt auch nochmal rumkommen. Ich möchte auch Kekse haben. Ah, klar. Wer war das? Warst du das? Du warst das nicht. Nee. Oh, die anderen. Oh, Gott sei Dank, die kam mir voll entgegen. Ich hab'n Jen zur Hälfte. Ja. Aber ich hab' auch Herzschlag, also... Ich hab' auch Herzschlag. Die Legion ist hier. Legion. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, da hinten. Ah, ich hab's gesehen. Da hinten. Hast du gesehen? Da, da hinten. Ja, ich bin bei dir. Der kommt da rum. Der kommt da rum. Wieso bringen die die ja auch mal zu mir? Hallo. Hallo. Der ist da hinten. Okay. Komm, dann den schaffen wir, oder? Ja, easy peasy. Bam. Ich hab' nur noch einen. Und hier drin ist einer. Jaaa. Jaaa. Ich hab' den im Klur, oder? Ah, hier hinten, hier hinten. Ich hör' den doch. Hier hinten, hier hinten, hier hinten. Oh, Kiste. Meine Kiste. Dann durchsuche ich manchmal hier schon mal. Jupp. Ich hab' Herzschlag? Nee, doch nicht. Okay. Okay, ich auch. So. So. Ich hab' jetzt mal die Kiste gewechselt. Ich hab' jetzt mal die Kiste gewechselt. Wir können gleich raus. Oh, jaaa. Hey, schön. Oh, oh. Schön. Herr Schlag? Oh, oh. Ich auch. Der ist hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ja, ich seh's. Aber, au, 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 mach' du fertig, wenn du kannst. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Ich hab' ja was. Ja, ja, jag mich. Okay. Oh. Will mich. Ich liege. Ich mach' fertig. Jawoll. Ja, mach' fertig. Schnell! Ich hab' Adrenalin. Ja, mach' ich doch. Mach' ich, mach' ich, mach' ich. Ich bin fertig. Fertig, 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 fertig. Ah, das war so knapp. Oh, 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 oh. Ist mir leid. Ah, alle. Kann ich zu dir kommen? Ja. Ist er nicht da? Ja. Äh, nee. Ich wurde schon runtergeholt. Guck mal, ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Wo bist du denn eigentlich? Ja, hier beim Ausgang geh' ich jetzt grad. Was? Was für ein Aus... nach hinten? Oh, ich bin geheilt. Ich li... Hä? Du hast den Ausgang geöffnet schon? Nein, ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Ach, hier. Ja. Ach, das war die Luke. Da bin ich dann hier. Ah, weg da! Oh! Da werde ich doch noch blockiert. Man, David King. Blockier mich nicht. Gut, du bist hinten am Ausgang? Ja. Okay, ich komme mal zu dir. Ich hoffe, ich weiß, wo der ist. Ich hoffe, ich weiß, wo der ist. Ich bin verletzt. Ich brauche jetzt gerade eine... Krankenschwester. Eine Krankenschwester, Yoko. Komm. Wo ist sie? Der kommt hierhin aber. Nein, dann gehe ich wieder zurück. Tschau. Okay, ich gehe raus. Nein! Ich bin ein Arscher. Du bist aber wirklich ein Arsch. Er haut dir einfach ab und lässt mich gehen. Die... die tötet mich. Wo ist denn hier? Ja. Ausgang? Ernsthaft? Ich weiß nicht, wo der Aros gegangen ist. Los! Pinky! Baby! Hallo! Gibst du noch? Äh, ja. Wir sind gerade in der Aufnahme. Kannst du kurz... Tschüss. Scheiße! Ah, verdammt! Nein! Lass mich gehen! Komm schon! Lass mich gehen! Du willst es doch auch! Du willst es doch auch! Komm schon! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Oh! Verdammt! Nee, der hat sich aufgehangen. Aber die eine ist hier noch am Aufgang. Ja, okay. Ich hoffe, sie hilft mir. Ja, sie hilft mir. Nee, sie ist aufgehangen. Was? Oh mein Gott! Wie fies! Wir haben dich alle in dich gelassen, das passiert, wenn du so gemein zu uns bist. Ja, ja, ja. Das war aber, aber, aber... Oh! Nichts aber, aber! Das war echt fies. Ich habe mich alle allein gelassen. Ja, ja. Das hast... Joko, das war dein Plan. Ja, auf jeden Fall. Das war dein Plan, weil ich eine Hexe bin und genauso wie du. Genau. Ja, Hexenverbreitung und so. Ja, ja. Ganz genau. Ja, ja. Oh! Wir Hexen, wir müssen uns doch schützen, ja? Wir müssen uns ganz schnell befreien und so alles. Wir dürfen dann nicht sterben, so wie du jetzt da, ja? Und dann die andere Hexe verraten und so, ja? Ja. Liebe Zuschauer, habt ihr das gehört? Joko hat mich ja verraten. Einfach so. Einfach so hat sie das gemacht. Bam! Klitsch-Klatsch gibt's gleich. Klitsch-Klatsch? Ah! So. Okay, hast du dich beruhigt? Hier ist doch was. Ja! Klart! Okay, meine Lieben. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne bitte mal einen Daumen da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Haut rein! Tschüss, tschüss! Tschüss, tschüss! Tschüss, tschüss!